m denn Mister Google Übersetzer hat uns geholfen Ruhr zu übersetzen oder was ist das schon vorher 9 und 7 was heißt es denn Prozent Verdrahtung oder Verkabelung die sollen irgendwo sein nicht ich hatte mit Sturm und weiß nicht was wir dort sollen das ist ja ich glaube ich will in den Tee was dauert muss oder weggespringt ich habe ein Schleimball ihr solltet nur um ihn der Geräte der der ist mir scheißegal ich muss mein Telefon kurz heran ey, ich mach mal kurz ne Aufnahmepause, weil ich dann mal kurz zurückrufen will okidoki ey, bis gleich so, da sind wir wieder, ich fahrrad selber auf, klar, keine Ahnung was der gemacht hat, ich sehe hier nur ein Kaktus rumliegen das war ich nicht es ist aber hast du noch irgendwas gemacht zu ihm? nö aber ich hab ein wenig nachgedacht ja ja, der Dailyland hat nachgedacht, das ist was ganz ganz Neues also, wer ihn privat kennt, weiß was gemeint ist auf jeden Fall irgendwie würd ich sagen, dass du brennst ähm was ich sagen wollte ja du brauchst ja hier diese ähm Verbindung oooooh, du kippst mich mal kassel ich hab das schon ausgemacht, ey, keinen Bock mehr so mein Vater und wenn der im Auto ist, ist es ein langweiliger, er wird telefonieren hier, guck mal, ich bin natürlich ganz schlau und baue hier schon mal eine Redstone Verbindung zu der Tür hin das ist das Witzung gekriegt was hab ich umgekriegt wir haben bis an das Witzung gekommen äh, in den Tun ey, du kennst mich mal oh, 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 das tut ein wenig weh in den Ohren ja, sorry, ich pack das dir liegen woanders hin ey, Sattelräume und ich hab eine noch, gute noch, eine noch bessere Idee ja wo hast du denn sag mal, wo hast du das Witzung her? Redstone aus Thun, die sind hier überall versteckt steht auch aber ich bin jetzt hier an einer neuen Tour da ist nochmal Redstone und roh rot ja, es ist warte, ich komm mal und guck hä, was bringt dieser Glowstone Staub? daraus kannst du Glowstone machen das ist kein das ist Löwenzahn, gell oah da hab ich auch einen tollen Glowstone Staub ah, hier ist auch noch eine ne, da war es noch nichts dran kann man diesen Glowstone Staub da auch hinmachen? nö ey, was bringt mir diese einzelne Glowstone Staub? ich weiß es nicht soll ich mal vielleicht einfach mitnehmen? vielleicht bringen wir uns das ja irgendwo kann ich das mal machen ich hab noch einen Witzung bringen einen brauchen wir wahrscheinlich nur wenn ich nicht zu doof bin so hast du noch einen? es gibt auch noch zwei glaube ich äh, ja, ich brauche noch zwei oh, hier ist noch ne Tore, aber da ist irgendwie nur ein Sattel drin ne, das ist, das hab ich da reingepackt da war ich schon dran fuck, ich hab ein Ei gerade weggeworfen und mal das Ei brauchen wir glaube ich nicht ah, ich will Lava gefallen und dann bin tot schwimmen Lava schwimmen Lava ha, ha, ha ha, ha war man der Ratscher tried to swim in Lava oh, lol ja, ja ich wollte eigentlich, glaub ich da irgendein Chestness aber hat nicht ganz geklappt ja, wo könnte denn noch was sein? hier war's so, warum? ach, egal ich frag gar nicht erst soll ich mal das Fleisch mitnehmen? ist mir egal boah, ich werd zugespampt boah, ich werd zugespampt boah, meine Fresse, ey kann vielleicht hier irgendwo oben was drauf sein? ob er eben beim Lesser da ist und da war was drauf, wenn die uns in die Sinne beziehungsweise aber ja, stimmt, dass... Wolle Arben Wolle 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 ja und auf geht ab und und dann in die Lava ein Wohin hier noch und jetzt schon mal ein auch du kannst schon wieder war hier ist wasser und das ist das Ding hier ich bin da in den Raumgang plötzlich war der Monster da ist mir auch aufgefallen wie viele Monster sind hier 3 1 hier war ich nur kurz mit Lava angerannt warte vielleicht ist er hier irgendwo noch ein Stone guck da, guck du da mal weiter, ich guck hier noch ein bisschen ich glaub zwar nicht, dass ich irgendwas finde, aber hier ist irgendeine Truhe das ist ja alles symmetrisch hier aufgebaut oder auch nicht ich hab noch ne Idee ja ich hab noch ne Kiste gefunden, ich weiß nicht ob du da drin warst nein, warst du nicht, ein Witz hä, hier ist ne Kiste, aber hinter hier ist zwar ne Kiste, aber hinter ähm Laub soll ich trotzdem mal aufmachen, also es laut weg machen? ne sicher? ja, komm das dürfen wir nicht das dürfen wir nicht oh fuck jetzt alles hab's gemacht ähm ups ja, das war auf einmal weg, also da sind Schneewelle und sowas drin das war jetzt nicht unsere Absicht, ähm das hat keiner gesehen das ist wirklich keiner ähm ich hab auch keine Melonen da rausgenommen soll ich die Schneewelle mitnehmen? ne, der kann's mich abwerfen ne, der kann's mich abwerfen oh, das macht boah, Creeper, aaaah boah, Creeper, aaaah ich muss gekackt was glauben, du scheiß Creeper ich hab noch ne Milch oh, scheiß Creeper so nimm mich hab ich auch noch kann man die Brüse trinken n komischen so n komischen Busch brauchen wir nicht, oder? ich hab das letzte Brüste oh, cool ich geh stoff durch den Raum und seh das plötzlich und ich hab keine Schuhe gekriegt er wird so ein Hals nein, nicht verwirfen Tür ist auf cool kommst du? Mathe Glowstone und Staub brauchen wir auch nicht nein was machst du denn noch? ich will eigentlich nur die Leder kappen und sowas haben oh, die Kappe die Hose gehört mir ja, die hab ich gefunden ich bin auch schon wieder weggelaufen so willst du ein Kettenhemd oder so? ich hab schon eins nein, ich hab ein goldenes Hemd und ein Kettenhemd auch ich hab nur schon eins ok, komm, ich geh schon mal rein ja sieht sehr rot aus du hast du hast du hast du hast wir haben oder so ich hab noch ich hab mir ein bisschen was gefunden hab so ein Koppel um die ersten stelle gemacht ich weiß noch wie was hier sind golddinger verdammt ich muss jetzt gleich mann mal den kopf her ich hab dir alle rausgeschmissen so stehen wir auf dem boden so das muss du nehmen ich habe keinen Inventarplatz mehr ich habe gerade was weggeschrieben für das Buch aber irgendwie nimmt er es trotzdem naja wir müssen kurz aufhören bittlose kurz wahrscheinlich an einem anderen Tag weitermachen weil ich jetzt nicht mehr aufnehmen kann ja bis dann bis zum nächsten Folge keine Ahnung wie ich schneide tschüss Hi Leute weiter geht's sag nochmal Hallo ja ich sag nochmal Hallo hallo ok hast du sehr schön gesagt ah äh haben wir dich schon gelesen haben wir dich schon gelesen glaub nicht ich lese dir vor some people don't like water stage in games I think they are just afraid of droning ok in deep water so but you don't have to worry about that now do you do you I hope you like swimming and looking for treasure oh god ich gehe zurück ich bin ich bin ja keine Ahnung müssen schwimmen einfach schwimmen schwimmen ok ich denke mal das war auch geil gemacht wir verlieren kann leben die Blasen bleiben voll dabei ok ok das ist mega langsam das ist mega langsam hier ist eine halte Tür hier ist eine halte Tür das ist ein Wort das ist eine halte Tür die 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 was warst du hier schon drin wo du gerade vorbei gehst äh ja da war ich gerade drin geh ich mal in die da steht nur ein toller Satz drin warst du hier unten schon drin äh ich glaube geh mal rein zur Sicherheit ja ich glaube hier ist hier ist Worms heart of shines do not touch hier ist alle von Love is Latteling und ein Kohle Tatschel Tatschel also wenn die Küste von uns vor einem Sattel drin hast das ist äh der ist von mir hab ich sogar reingepackt so auch ne Küste finden tja halt ich immer nur so ein Irrung von Ziet ne ich hab gefunden wo es weitergeht Adjel vielleicht sind hier irgendwas wie es zu sich sind die Regierung und was sie müssen für ich gehe schon weiter und ich will noch mal wieder ich will nur gucken ob es hier wirklich weiter geht ich will die Tatschel ist in Warn of the East und mitfahren von BD in Norden der Lüge sind und das könnte aber auch geht geht doch nicht weiter und kommen aber nach dem Haus können wir nicht einfach nach oben schwimmen können wir auch aber für uns nicht helfen weil wir irgendwas hier drin finden müssen so ist hier oben alles zugebaut ja hier oben alles zu das ist ohne Tür und kaputt irgendwie what happened here you might be asking this bubble was destroyed by enemy cannons or not it's death and try not to die the same way the same procedure is every year james ach hier bist du offen er händen ist irgendwas schon warst du schon ich stehe noch irgendwelche tollen schilder und sind die überhaupt wichtig nö oder ich glaub nicht warst du schon gegenüber ich denke ich weiß es nicht einfach überall reingehen wo wir denken dass wir da was finden können da sind noch drei türen vier fünf nö die ist ein bisschen größer aber hier geht es auch nicht weiter oh was ist das äh ok ich kenne hier gleich die Zintenfische wenn wir hier nichts finden oh hier geht es gerade ganz weit runter wo bist du um natürlich guck mal ob sie weiter geht ne die ist einfach nur ne zweite Tür toll ah da war ich auch dran weil ich war von unten gegangen hm lass einfach gleich mal nach oben schwimmen oder ne da ist alles zugebaut nirgendwann dieser äh close-to-and-dinger ist irgendwas ja ich habe auch ne da kommen wir her da kommt jetzt ein Leiter warst du schon bei irgendeiner Leiter nein wo bist du oh cool wir sind drei Kisten wo bist du ich sehe dich nicht der ersten ist Leder drin und der zweiten auf dem ich höre dich aber ich sehe dich nicht ähm na ich komme nochmal da raus ähm ich sehe dich dreht nach rechts dann guck nach unten ach da okay warte gehen an diesen Glowstone Dingsponfurt wo du gerade warst links 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 nach oben nach oben nach oben nach oben abben 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 okay einfach da rein ist auch ähm in diesen komischen Thron ist überall nur Leder drin ich nehme einfach mal das Leder mit Platz hier war gar ein Sattel drin aber ich gerade den hab ich da reingepackt vorher ich habe einfach mal ganz Leder aber da geht nicht weiter bei Leiter noch nein schade boah WTF sollt ihr irgendwas finden ey ich wecker dass ich verzauberte Goldschuhe hab ich habe keine Rüstung ich habe richtig viel Atmung deswegen geht das das wir so lange geschwimmen können mit der verzauberte Rüstung äh ja klar brustig äh ach 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 boah ich glaube wir waren überall drin schon ne ich bin ja gerade wieder bei was Neuem weil ich kann sich mitnehmen weil mein Inventar voll ist was ist denn da drin äh Ziegel Fisch Ei und Knochenmehl warte nimm doch lieber diesen Sattel mit vielleicht brauchen wir den irgendwann so wo